Denkt immer daran, das Leben ist schneller vorbei, als man glauben möchte. Also mach was draus. Lebe bewusst, räume in dir auf, räume Dinge auf, Beziehungen, Erfüllung, Entfaltung. Räume auf, weil nur wir, jeder von uns, ist seinen eigenen Lebensschmied. Kein anderer ist dafür verantwortlich. Ich hab mir das nicht ausgedacht, Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, und ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Erst wenn wir tief in uns tauchen, uns alles anschauen, was da ist, was da war, es verstehen und es zusammenfügen zu einem Gesamtbild, dann sind wir ganz, ganzheitlich, um offen zu leben, bewusst, frei, ganz sein. Gut, Segne. Gut, Segne. Untertitelung des ZDF, 2020